Und es ist eben nicht nur die Übererfolgreichheit, sondern es ist die Einführung der tödlichen Jetztletzlichkeit, der tödlichen Jetztletzlichkeit, die den Zugriffsmoment, den Schnitt, den überhasteten, antizipatorischen Zugriffsmoment erst ermöglicht. Und das ganze Programm zwischen vorheriger Planung, Vorhersage, der Jagdgründe, des Wetters, dem vorsichtigen Anpirschen, der Strategie, Verabredungen mit den Anderen, um nicht selbst auf der Jagd gefressen zu werden, vorzeitig. Und dann im richtigen Moment den Schnitt zu machen, den Schnitter zu spielen, den Pinsel auf die Leinwand zu legen oder die Kritzelfeder auf das Blatt Papier, das leere. Das erste Antippen des Fingers auf der Schreibmaschine einzuhämmern.